Heute gibt es mal ein besonderes Video, in dem ich jetzt auch ein bisschen freier und umgangssprachlicher spreche als sonst. Anlass ist, dass ich vor genau zehn Jahren mein Germanistik-Studium begonnen habe. Also absurd für mich, dass das jetzt wirklich schon zehn Jahre her sein soll, aber es ist wohl leider so. Und ja, damals wusste ich noch nicht so genau, was auf mich zukommt, aber das weiß man wahrscheinlich nie, wenn man ein neues Studium beginnt. Aber es gibt so bestimmte Klischee-Vorstellungen, die man dann hat. Und auf drei von denen möchte ich jetzt kurz anhand von Sprüchen bzw. Memes eingehen. Das heißt natürlich nicht, dass es da nicht auch noch mehr gibt. Gerne könnt ihr da Kommentare unter dem Video posten oder auch bei Twitter oder Instagram. Das erste Klischee, das ich rausgesucht habe, ist das sogenannte Taxifahrer-Klischee. Germanistik ist der lateinische Ausdruck für Deutsch, Germanistik-Student ist der Fachausdruck für Taxifahrer. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich von Harald Schmidt kommt, solche Zitate-Seiten sind meistens nicht so verlässlich. Ich finde es aber so ein bisschen respektlos auch gegenüber Taxifahrern, dass jetzt hier der Beruf so als der Schlimmste überhaupt dargestellt wird. Aber gut, es soll eben heißen, dass Germanistik, dass man damit nichts anfangen kann und das ist ja auch ein sehr bekanntes Klischee. Ich habe das jedenfalls auch gekannt, als ich mit dem Studium begonnen habe und meine innere Einstellung war eigentlich so, wenn ich dann halt Taxifahrer wäre, dann ist es eben so. Und ich denke eigentlich, dass das auch die richtige Einstellung ist. Es wäre zumindest schade, wenn man sich durch so ein Klischee davon abhalten lässt, das zu machen, was man interessant findet und was man machen will. Abgesehen davon, dass das eben natürlich auch nicht stimmt. Klar, es gibt nicht den einen Beruf, den man dann ergreift, wobei jetzt viele, die dieses Video schauen, wahrscheinlich Lehramt studieren. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, also gerade im Journalismus, generell in den Medien oder bei einem Verlag, im PR-Bereich, im Kulturbetrieb oder eben im Bereich Erwachsenenbildung, also Deutsch als Fremdsprache oder in der Wissenschaft. Und ja, das alles könnte man der manchmal etwas anstrengenden und was kann man später damit machen, Fragerei entgegnen. Oder man kann auch entgegnen, wir brauchen in unserer Gesellschaft einfach Leute, die sich mit der deutschen Sprache und Literatur auseinandersetzen, in welcher Weise auch immer. Und das führt mich zum zweiten Klischee, das ich jetzt hier sinnlos Klischee genannt habe. Also sowohl Germanistik als auch studiert sind ja hier in Anführungszeichen gesetzt. Soll heißen, Germanistik ist eigentlich kein richtiges, vollwertiges Studium. Und vielleicht heißt es bezogen auf die Sprachwissenschaft auch, dass es einfach sein soll. So nach dem Motto, ich kann ja meine Muttersprache, wozu muss ich sie dann überhaupt noch studieren? Aber Sprache ist komplex, das wird einem klar, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und ja, es geht auch darum, ich nenne es häufig Bewusstmachung des Unbewussten, also Strukturen in der Sprache, über die man normalerweise gar nicht nachdenkt. Ich habe sogar den Eindruck, dass das Regelwissen bei Deutschlernern häufig höher, größer ist als bei MuttersprachlerInnen, weil die das so als selbstverständlich betrachten. Dass Germanistik hier in Anführungszeichen steht, weist aber auch darauf hin, dass das Fach an sich so als sinnlos gesehen wird. Und das ist was, was wahrscheinlich generell die Geisteswissenschaften betrifft. Und das stört mich, denn mit Kultur sich auseinanderzusetzen, sie zu reflektieren, ist nie sinnlos. Und Sprache ist eben genau das, ein wichtiger Teil unserer Kultur. Und sie ist auch eng mit unserem Denken verknüpft. Sprache bestimmt darüber mit, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Wenn wir sprechen, handeln wir also. Und wir partizipieren mit Sprache an der Gesellschaft und können damit Gutes bewirken, aber eben natürlich auch Schlechtes, zum Beispiel Leute verletzen. Ziel im Germanistikstudium ist also, so generell eine größere Sprachbewusstheit zu erlangen. Das dritte Klischee ist jetzt eins, das sich speziell auf die Sprachwissenschaft bezieht, das Besserwisser-Klischee. Alle beschweren sich wegen dem Wetter, außer Germanistikstudenten, die beschweren sich wegen des Wetters. Ja, manchmal gibt es auch den etwas problematischen Begriff Grammatik-Nazi, also dass man so jemand ist, der zwanghaft die anderen verbessern muss und ständig auf Korrektheit pocht. Und diese weit verbreitete Vorstellung finde ich eigentlich besonders schade und eigentlich auch frustrierend, weil es total davon abweicht, wie die Sprachwissenschaft vorgeht und wie auch mein persönliches Verständnis von Sprache ist. Also das Problem jetzt in all seinen Facetten darzustellen, würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber kurz gesagt, die moderne Sprachwissenschaft geht deskriptiv vor. Sie beschreibt also die Sprache, schreibt aber den Leuten nicht vor, wie sie zu sprechen haben. Sie ist also nicht präskriptiv und kann das auch gar nicht sein. Gerade im Gesprochenen ist wegen mit Dativ einfach sehr weit verbreitet. Auch ich würde in meiner alltäglichen Kommunikation ganz klar wegen dem Wetters sagen. In einem Deutschaufsatz ist es natürlich stilistisch besser, wegen des Wetters zu schreiben, also mit Genitiv. Aber wir leben eben nicht in einem Deutschaufsatz. Sprache ist kontextabhängig. Und gerade solche Unterschiede in der Sprachverwendung zu beobachten und zu beschreiben, finde ich so interessant. Das gilt zum Beispiel natürlich auch für die Dialekte. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht kann man nicht sagen, dass das Standarddeutsche besser ist als die Dialekte. Und auch innerhalb der Dialekte kann man jetzt nicht sagen, dass da der eine besser ist als der andere. Natürlich kann man da persönliche Vorlieben haben oder auch Abneigungen. Aber das hat dann halt nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Diese Trennung halte ich für sehr wichtig. Auch wichtig meiner Meinung nach ist, sich auch von so dummer, unwissenschaftlicher Deutschtümelei abzugrenzen. Ich finde auch andere Sprachen faszinierend und aus dem Sprachvergleich kann man auch viel lernen. Das habe ich ja versucht, häufig in meinen Videos zu zeigen. Aber gut, das bewegt sich jetzt schon ein bisschen von dem Klischee weg. Jedenfalls war es ehrlich gesagt auch für mich so ein kleiner Antrieb, die Videos zu veröffentlichen, um genau diesem Klischee entgegenzuarbeiten. Also klar, mein Einfluss ist stark begrenzt, aber ich denke, es lohnt sich trotzdem, dem Vorurteil entgegenzutreten. Weil wenn das so mehr in der breiten Gesellschaft ankommt, dass eben Sprache nichts Homogenes, nichts Statisches ist, dann ermöglicht es nicht nur einen wissenschaftlicheren, sondern auch einen kreativeren Umgang mit Sprache, denke ich. Und das würde ich auch ganz persönlich eben schön finden, weil für mich Sprachspielereien wichtig sind und für mich auch Sprache und Humor eben eng miteinander zusammenhängen. Und deshalb will ich jetzt auch nochmal betonen, dass es natürlich auch mal dazugehört, über sich selbst oder die Gruppe, zu der man sich zählt, lachen zu können. Trotzdem war es mir wichtig zu sagen in diesem Video, dass diese Vorurteile eben nicht zutreffen. Zum Schluss dann aber noch ein Meme, das mir tatsächlich sehr gut gefällt, weil es so auf den Punkt bringt, worüber ich jetzt gerade geredet habe. Die Präskriptive, also die vorschreibende Grammatik, gibt einen Rahmen vor. Die Sprache hält sich aber in ihrer Vielfalt nicht unbedingt ran und sucht auch mal andere Wege. Und diese Wege sind eben nicht unbedingt falsch, gerade in der gesprochenen Sprache. Und ich finde, das zeigt sehr schön, wir sollten nicht immer sofort in den Kategorien richtig und falsch denken, sondern eben auch in so und anders. Und das war es auch schon mit dem Video. Schreibt mir gerne eure Meinungen und Kommentare dazu. Vielen Dank fürs Anschauen.